Farbenfroh taumeln sie durch unsere Gärten. Hier ein kleiner Fuchs, da ein Bläuling. Denken wir an einen warmen Sommertag, gehören sie einfach dazu. Und in der Nacht sind viele von ihnen unterwegs. Unsere heimischen Falter. Doch wie geht es um so einen Schmetterlingen überhaupt? Wer in den letzten Jahren genauer hingeschaut hat, konnte bemerken, viele Schmetterlinge werden immer seltener. Um auf den dramatischen Insektenschwund aufmerksam zu machen, haben wir, der NABU NRW, das Projekt Mehr Platz für Falter. Jetzt wird's bunt ins Leben gerufen. Vom 15. Juni bis zum 15. Juli laden wir alle SchmetterlingsfreundInnen in ganz Nordrhein-Westfalen dazu ein, Falter zu zählen und die Beobachtungen zu melden. Ganz gleich, ob im Garten, am Straßenrand oder in öffentlichen Grünanlagen. Gezählt werden kann überall. Wie genau das geht, erfahren Sie unter platzfürfalter.de oder auf den Social Media Kanälen des NABU NRW. Viel Spaß dabei!